Was hast du da? Es ist eine Tat, die schockiert. Die erbliche Polizei bittet die Bevölkerung und hilft. Kopfscham und Achselhaare. Grotgewebe, vielleicht Geruch. Ein Trophäenmord. Herr Staatsanwalt, sehen Sie sich das an. Das gesamte Gelände wird sofort durchsucht. Mit allen Leichnungen, die zur Verfügung stehen. Ihr wart im Meisteranwerk. Ob der Täter aus dem persönlichen Umfeld der Sängerin kam, lässt die Polizei weiterhin offen. Die Fahne bleibt auf Huchttür. Vielleicht war es ja auch eine ihrer Frenzenmänner. Mit Seliga und den anderen vom Internat war sie ganz eng befreundet. Wir haben da so eine Art Geheimclub gegründet. Warum ging's da? Riechen. Ja, wir haben auch versucht, Gerüche einzufangen. Im Achselgewebe befinden sich Duft- und Schweißdrüsen, ebenfalls im Intimbereich. Man könnte diese Drüsen extrahieren, damit ein viel stärkeres Parfüm herstellt. Wer begeht für sie die Morde? Verdächtige sie alle, selbst Elena Seliger. Was tun Sie die Tat? Schau mich an. Das Beste ist, wir erzählen alles. Was hast du mit ihr gemacht? Das kennt man doch. Das ist die Geschichte von diesem Kanui, der sich ein Parfum baut aus Frauen, die ermordet wird. Ein Parfum, das macht, das einen jeder liebt. Vor wem haben Sie am meisten Angst? Wie viele sollen noch getötet werden?